Hier gucken, ok, hier eine Abkürzung wo ich eben war Hier können die Schritten sein Ah, hier haben wir doch die Grenzen Als Dämonen auftauchten verödete das Land Doch das Land wird in größerer Pracht erblühen als es je der Fall war An dem Altar der Eingeborenen wurde um Regen gefläht Das ist auf jeden Fall so komisch getan Eine von den Dinger machen, mal sehen ob jetzt Okay, das war wahrscheinlich doch die andere Macht aber nichts Ich habe den Altar Ich habe den Altar Nein, das braucht nicht. Hier war doch diese magische Krachte. Das war auf jeden Fall falsch. Mal gucken. In dieser Schlucht zählt nur das bloße Überleben. Wenn du dein Leben liebst, solltest du umkehren. Hier beginnt das Land der Dämonen. Geh besser nicht weiter. Ich gehe stark davon aus, dass ich hier später erst weiter muss. Noch kommt ja die Tierwelt. Arabien. Das wird wahrscheinlich das erste Ziel sein. Hier ist ein Altar zu finden. Hier komme ich auf jeden Fall nicht weiter. Die Alternative ist natürlich die Dämonenhöhle. Die Dämonen sind alle da, aber... Ich bin... Okay... Das geht auf jeden Fall nicht weiter vorher. Ich bin... 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 ... ... ... Auf jeden Fall nicht weiter Okay, die ist diesbezudiert bevor sie was machen können Ich glaube, jetzt weiter Ich muss halt irgendwie einen Atar angeben Was fraglich ist Sieht aus, als wären da unten die Altare zu denen ich hin will Das ist an, wo ich ihm herkomme, ja Hmm Hm Aber sehr sehr blöd gerade Vielleicht kann man einen schieben Auch nicht too Wuhh 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 Was ist das hier? Es geht aber auch nicht weiter Hmmmm Hat etwas überfragt Ein Level Up Ich glaube das hat irgendwas mit den Bäumen zu tun Den machen kann man auch nicht Den machen kann man auch nicht Ah der Eingeborene Die Frage ist natürlich Wo sind die Altare Oh das für mich Oh das für mich so Sie sollten Sehen aber auch weiter Irgendwas über sehe ich Die Frage ist nur was Aber auch Hier in Zubi sollen die Altare sein, die Frage ist natürlich, was davon als Altar gemeint ist. Ob es irgendwelche Bäume sind, oder ob es irgendetwas anderes ist, oder ob es irgendwelche Bäume sind, oder ob es irgendwelche Bäume sind. Die Knollen verbrauchen. Hier steht ja was rum. Vielleicht ist da auch so eine große Knolle drin. Ich muss auf die Karte schauen, damit die Karte ein bisschen unvorsichtig ist. Hier sollen 3 Ausgänge. Hier bin ich. Hier bin ich. Hier bin ich. Da sind auf der anderen Seite. Ja doch. Das ist auf jeden Fall ein Weg zu Holland. Das ist auf jeden Fall ein Ausgang, aber Das ist der Weg komplett raus Hier soll noch irgendein Weitergang sein Nicht der oben Ach Was werden die beiden sein? Die beiden Gerade irgendwie ein bisschen anhand der Karte durchzufinden Oh 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 Oh